Wir haben die Eiskönigin gesehen. Es war das erste Musical für unsere Mädchen. Dort angekommen gab es verschiedene passende Snacks und es wurde eifrig gemalt. Dann ging es los mit der tollen Show und in der Pause bekam Nele sogar noch ein Sven geschenkt. Das Musical ist wirklich super. Aber das Highlight war das Treffen mit den Darstellern. Wahnsinn!